Hallo zusammen, ich bin Roman, lehre Automatiker beim BLV im zweiten Lehrjahr und werde Ihnen heute meinen Arbeitsalltag ein bisschen näher bringen. Das Coole an meinem Beruf ist die Vielfältigkeit der Arbeiten, die man ausführt und dass man das Gelehrte auch privat brauchen kann. Das Besondere an meiner Lehre ist, dass ich nicht nur Automatiker lehre, sondern gleichzeitig auch jüngere Lernende ausbilden darf. Dadurch bekomme ich einen noch tieferen Einblick in die verschiedensten Tätigkeiten. Durch Handball und Gitarrenspielen habe ich mir schon vor der Lehre eine gewisse Fingerfertigkeit aneignen, die mir jetzt in der Lehre sehr weiterhilft. Mein Tipp bei euch Schüler in der Bewerbungsphase ist, geht viel schnuppern, am besten in verschiedenen Berufen und wählt den Beruf, der euch am besten passt. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag bekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet ihr mich doch heute noch als Automatiker oder Automatikerin beim BLV.